Hallo und willkommen zum Boss-Glide von Freya. Ihr benötigt im 25er zwei bis drei Tanks. Der Kampf besteht aus zwei Phasen und hat einen Hard-Mode. Diesen aktiviert ihr, indem ihr die drei Ältesten stehen lasst und nicht umringt. Hierdurch erhält der Boss weitere Fähigkeiten, allerdings greifen die Ältesten nicht in den Kampf ein. Freya patrouilliert hier durch den Raum, tankt sie am besten rechts neben dem Fluss und tötet vor dem Pull alle naheliegenden Edds. In Phase 1 ist jeglicher direkter Schaden an Freya komplett sinnlos, da sie 150 Stapel von Einstimmung auf die Natur hat. Diese erhöht ihre erhaltene Heilung pro Stapel um 8%. In der Summe ist diese somit um 1200% erhöht. Mit der Berührung von Eona wird sie außerdem pro Sekunde geheilt. Um die erhaltene Heilung und somit die Stapel von Einstimmung auf die Natur zu verringern, müssen spawnende Edds getötet werden. Nach ca. 10 Sekunden erscheint die erste Gruppe. Freya muss trotzdem getankt werden. Pro Ed, welches ihr tötet, wird mindestens ein Stapel von Einstimmung auf die Natur entfernt. Alle 60 Sekunden erscheint nun eine neue Welle an Gegnern. Insgesamt werden es genau sechs Wellen. Ihr habt demnach immer eine Minute Zeit, um mit der jeweiligen Gruppe fertig zu werden. Ansonsten habt ihr es parallel mit zwei Wellen zu tun. Es gibt insgesamt drei Arten von Edds in der Gruppe. Allerdings wiederholen sich diese nicht, sodass jede Minute definitiv eine andere erscheint. Starten wir mit dem Trio, in welchem sich ein uralter Wassergeist, ein Sturmpeitscher sowie ein Knallpeitscher befinden. Diese müssen binnen wenigen Sekunden gleichzeitig sterben, andernfalls werden sie wiederbelebt. Der Wassergeist schießt eine Flutwelle vor sich, welche jedem Spieler, der sich vor ihm befindet, Schaden zufügt. Der Sturmpeitscher macht mit Sturmblitz Naturschaden an den Raidmitgliedern und ballert außerdem Blitzpeitschen auf den kompletten Raid. Das sind Blitzschläge, welche auf andere nahe Verbündete springen. Steht deshalb so weit wie möglich auseinander. Der Sturmpeitscher kann unterbrochen und gestunt werden. Der Knallpeitscher hat die Fähigkeit gehärtete Rinde. Wenn ihr diesen angreift, erhöht sich sein Schaden. Tankt ihn am besten mit einem Todesritter und fangt ab 30 Stacks gehärtete Rinde mit eisiger Berührung das Kiten an, andernfalls erleidet ihr als Tank massiv Schaden. Die anderen beiden Ads können von einem Tank übernommen werden. Beachtet unbedingt, dass beide gleichzeitig fallen und macht im Zweifel einen Damage-Stop. Als zweite Ad-Gruppe können explodierende Peitscher erscheinen. Diese haben zufällig Aggro und explodieren beim Ableben. Sammelt euch demnach sofort und bringt sie mit Flächenschaden auf ca. 20%. Ab jetzt zünden Klassen wie ein Gleichgewichts-Droide seinen Taifun und stoßen damit alle Ads weg vom Raid. Der Raid läuft dabei parallel in die andere Richtung. Nun werden die Ads über Fernkampffähigkeiten gebombt und im Zweifel mit Fokusfeuer zur Strecke gebracht. Zum Schluss kann auch ein riesiger uralter Konservator erscheinen. Sobald dieser spawnt, verhindert er via Griff des Konservators jegliches angreifen oder zaubern. Gleichzeitig spawnen aber Pilze. Nur wenn ihr euch unter diesem befindet, seid ihr wieder handlungsfähig. Schaut also, dass ihr schnellstmöglich untereinen kommt. Hinzu kommt seine Fähigkeit Furore der Natur. Dabei wählt er einen Spieler und lässt alle Verbündeten, welche sich in der Nähe befinden, Schaden erleiden. Sobald ihr also den Furore auf euch habt, müsst ihr sofort aus dem Raid rennen. Auch wenn das bedeutet, dass ihr in dieser Zeit handlungsunfähig seid. Neben den Ads beschwert Freya in regelmäßigen Abständen ein Geschenk der Lebensbünderin. Das ist ein wachsender Baum, welcher in allen Belangen immer das erste Ziel sein sollte. Wenn er es nicht schafft, diesen innerhalb von 10 Sekunden zu töten, dann heilt er den Boss und alle Ads. Das gilt es definitiv zu vermeiden. Außerdem trifft sie den kompletten Kampf über zufällige Spieler mit Sonnenstrahl. Dadurch bekommt er getroffene Spieler sowie Raid-Mitglieder, welche sich in der Nähe befinden, Schaden. Bleibt also am besten immer weg von euren Tanks und steht so weit voneinander, wie es die Situation zulässt. Das ist allerdings nicht immer möglich und muss in den meisten Fällen von euren Heilern kompensiert werden. Sobald ihr alle sechs Adwellen besiegt habt, ist die erhöhte erhaltene Heilung von Freya entfernt. Die normale Heilung pro Sekunde ist allerdings noch vorhanden. Haltet hier also weiterhin heilungsreduzierende Effekte wie zum Beispiel tödlicher Stoß aufrecht. Nun könnt ihr euch endlich um Freya kümmern, wenn Phase 2 beginnt und es spawnen keine Ads mehr. Dafür knallt ihr euch nun in regelmäßigen Abständen Naturbomben um die Ohren, welche einen zufälligen Spieler anvisieren und erheblichen Schaden verursachen. Bildet nun am besten einen Nahkämpfer- und ein Fernkämpfer-Camp. Sobald die ersten Naturbomben auf dem Boden liegen, wechselt ihr alle gemeinsam die Flussseite und wartet ab, bis Freya diese erneut auf einen Spieler wirkt. Anschließend geht es wieder retour. Das wiederholt ihr nun so oft, bis Freya auf 0% Leben angekommen ist. Vergesst nicht, dass ihr nach wie vor mit dem wachsenden Bäumen welche Freya heilen, klarkommen müsst. Dieser ist immer noch das erste Ziel. Je nach Erscheinungsort des Baumes kann entweder das Fernkämpfer- oder das Nahkämpfer-Camp sich um den Baum kümmern. Wenn ihr die drei Ältesten stehen lasst, wie gesagt, aktiviert er den Hard-Mode und Freya wird stärker und bekommt zusätzlich neue Fähigkeiten. Die drei Mini-Bosse greifen allerdings nicht mit ins Geschehen ein. Sie und ihre Ads verursachen durch Eisenasts Essenz 50% mehr körperlichen Schaden und durch Hellblatts Essenz 50% mehr Zauberschaden. Steinriedes Essenz erhöht den körperlichen Schaden von Freya nochmals um 50%. Außerdem kommt noch hinzu, dass Freya ca. alle 60 Sekunden Raidweit Beben der Erde castet. Dadurch erhält der ganze Raid massiven Schaden und alle Spieler, welche gerade zaubern, werden unterbrochen und für 10 Sekunden zum Schweigen gebracht. Stoppt also das Casten und baut unbedingt einen Raid-Cooldown-Reihenfolge mit eurem Paladin, welche fest eingeteilt heilige Opferung zünden. Dasselbe gilt für Gotteshymne vom Priester oder Gesundheitssteine vom Hexmeister. Schaut, dass der komplette Raid so gut wie maximales Leben hat, bevor Beben der Erde gezündet wird. Mit ihrer zweiten Fähigkeit in stabiler Energie lässt sie Sonnenstrahlen entstehen. Hier müsst ihr sofort raus, da sie bei allen sich in der Nähe befindenden Spielern Schaden verursacht. Als letzte Hard-Mode-Fähigkeit erhält sie eiserne Wurzeln. Diese halten zufällig Spieler an Ort und Stelle gefangen und machen Schaden. Sie können nicht gedispelt werden, sondern müssen durch Schaden vernichtet werden. Sie haben neben dem wachsenden Baum welcher Freierhalt oberste Priorität und müssen sofort zerstören. Spart ihr auch nicht mit euren Raid-Cooldowns, teilt diese fest ein bzw. ruft sie mündlich ab, sobald die Situation es erfordert. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Außerdem ein herzliches Dankeschön an alle YouTube-Mitglieder. Für nur 99 Cent könnt ihr uns hierbei supporten. Link gibt's in der Beschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.